Warum ich diese Pflanze heute da stehen habe und ich euch diese vorstellen möchte, das zeige ich euch gleich. Herzlich Willkommen in eBis glutenfreier Küche. Heute ist es einmal kein Kochvideo im wahrsten Sinne des Wortes, sondern ich stelle euch heute eine Pflanze vor und deren Wirkstoffe und ich bin überzeugt davon, wenn ihr dran bleibt, dann habt ihr einen richtigen Benefit von diesem Video. Was ich heute hier stehen habe, ist eine Schafgarbe. Eine Schafgarbe ist ein Doldenblütler. Man sieht das an dieser wunderbaren Dolde hier. Dann haben wir diese wunderbaren Blätter, die auch genannt werden, die Augenbrauen der Venus. Schaut euch die einmal an, welch wunderbares Gewerk hier ist. Es ist echt erstaunlich. Ich lege sie einmal auf die Hand, damit ihr das vielleicht noch einmal besser sehen könnt. Und mit dieser Pflanze wollen wir uns heute einen Tee zubereiten. Der Tee eignet sich hervorragend gerade auch in dieser Jahreszeit, weil für alle Magen- und Darmprobleme er gut hilft. Er ist ein richtiges Frauenkraut, diese Schafgarbe. Dieser Schafgarbentee besser gesagt. Und ja, das Einzige, was ich vorweg noch sagen möchte, den Schafgarbentee sollte man nicht nehmen, wenn man schwanger ist, weil er leicht wehenfördernd sein kann. Wir bereiten ihn auch richtig zu. Dafür brauchen wir ein Wasser, welches ich jetzt einmal da aufkochen werde. Das geht ganz blitzschnell. Ihr werdet euch denken, Tee ist schnell gemacht, Wasser, Beutel rein. Aber bei Wildkräutern oder bei Kräutertees im Allgemeinen ist es wirklich wichtig, dass man den auch richtig ziehen lässt. Also wie gesagt, das Wasser lasse ich jetzt einmal da schnell aufkochen. Und dann kann ich mir schon einen Topf nehmen. Ihr könnt es natürlich einen kleineren nehmen. Das ist eigentlich mein Tee-Topf, weil ich trinke Tee über das ganze Jahr hinweg, nicht nur im Winter, mit einem Deckel, der gut schließt. Und dann geben wir für ein Viertelliter Tee, den ich da jetzt für euch zubereiten werde, gebe ich zwei Löffel von der getrockneten Schafgarbe dazu. Die Schafgarbe findet ihr an Wegesrändern oder auf Wiesen. Da beim Sammeln immer aufpassen, sollte nicht unbedingt eine Hundewiese sein. Da nehmen wir uns ein Stückchen heraus. Ich habe das recht grobschlachtig da geschnitten in meinem Teebeutel. Ich trockne mich das gerne für den Winter. Ich fülle das dann in den Beutel ab und dann habe ich den ganzen Winter, wenn es keine Schafgarbe mehr gibt, auch meinen Schafgarbentee. Jetzt kann ich das schon abfüllen. Das Wasser soll dabei nicht mehr kochen, sondern noch richtig heiß sein. Und jetzt gleich den Deckel drauf und 15 Minuten, wirklich 15 Minuten gut durchziehen lassen. Nach 15 Minuten ist unser Teesud fertig. Der braucht jetzt nur mehr abgegossen werden. Während ich den abgieße, vielleicht habt ihr Lust, auf diesen roten Abo-Button zu drücken und mir ein Abo dazulassen. Dafür nehmt ihr am besten ein feines Sieb. Und dann kann das herrliche Getränk schon getrunken werden. Drei bis vier Mal am Tag, überhaupt kein Problem. Eben wie gesagt, bei Magen-Darm-Beschwerden, bei Menstruations-Beschwerden, bei Wechsel-Beschwerden. Also auch ein wahres Frauenkraut, dieser Tee, den werde ich mir jetzt schmecken lassen. Und wir sehen uns am Sonntag wieder. Ich freue mich. Also dann, bis bald. Tschüss.